Erinnern Sie sich noch an diese Aktentasche? Na, denken Sie doch mal nach. Ihr Inhalt ist geheim und gefährlich. Es ist die gesuchteste Aktentasche des Jahres 39. Von allen Geheimdiensten gesucht. Ein Bankangestellter. Mit drei Pfund in der Woche. Aber Sie kennen ja unseren Helden. Ein Mann fliegt. Verstehen Sie das? Wohin fliegt der? Ich bin ein ganz kleiner Beamter mit drei Pfunden in der Woche. Ist gut gespielt. Ich verstehe das vollkommen. Mist. Doch jetzt nicht noch nach Berlin. Der Krieg steht vor der Tür. Und hinter verschlossenen Türen warten Abwehr und Gestapo. Nein, Herr Lieven. So billig macht es der Intelligenz-Service nun doch nicht. Und spaßen lässt man auch in London nicht mit sich. Also, Sie müssen sich jetzt entscheiden. Wenn du aussehen wirst wie einer von deiner Sorte, ja, ja, hielt er man dich nicht für den, der du bist. Aber weil du nicht so aussiehst wie einer von deiner Sorte, habe ich sofort gesehen, dass du nicht der bist, der du für uns sein möchtest. Sie werden weiter für uns arbeiten? Ja, ja. Aber Sie bekommen Ihre Aufträge von jetzt ab direkt von uns. Ihr Deckname ist Nabuchodonosor. Nummer 6! Musik 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 Musik